Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir haben gerade wieder Möbius besiegt und haben jetzt ein neues... Eine neue Klasse, die von dem... Ist der das? Wie ist der nochmal? Sie dumm oder so, ne? Es... Aber wieso schon wieder Heiler? Wieso sind das alles Heiler? Wieso haben wir vier Heiler? Ich habe dann einfach vier Heiler. Und keinen Verteidiger mehr. Ist das gut? Ist das schlau? Aber den Stab fühle ich. Ist das schlau? Vier Heiler? Nicht so glaube ich, oder? Boah, hier hat einer so... Federköpfe... Flügelköpfe... Guck mal, das ist der Möbius, oder? Kannst mir ja nichts erzählen. Guck mal hier. Das ist doch safe der Möbius. Guck mal, wie das da unten aussieht. Maschinenassassine. Ein Angreifer der Feinde zunächst schwächt und dann geschickt mit seinen zwei Äxten fällt. Kriegsheer. Frontkämpfer. Miamschmied. Schutzkommandeur. Verteidiger, Angreifer, Heiler, Verteidiger, Angreifer, Verteidiger, Angreifer, Verteidiger, Angreifer, Angreifer. Ja, die Angreifer kommen irgendwie erst später, ne? Aber wir können schon mal gucken, wer wird denn hier den Dingsbums nehmen? Warte mal. Hier rechts geht es noch weiter. Das sehe ich jetzt erst. Ey, das Game ist so riesig. Ich kacke ab. Ey, wir können die vier Heiler nehmen. Also ich meine, können wir schon, aber... Scheiße, das hätte ich gern genommen. Ich gucke mal, ob irgendjemand anders den nehmen kann. Ne. B. C. A. B. Ich muss die auf Verteidigung lassen. Erstmal. Das kann ich dann später umändern. Okay, weiter geht's. Äh, genau, guck mal, kurz Mission. Oh, wir haben was fertig, sehe ich gerade. Detektor-Helm. Detektor-Helm. 120 Erfahrungen, 30 Harmonie. Es sieht, wie wir alle fertig sind. We got it all, as requested. We got it all, as requested. Aha. Kann ich ja auch so durchgehen. Das Gelbe ist anscheinend immer die Helden. Heldenmission, da steht's ja auch. Heimatgefühl. Da gibt's ja den nächsten. Das machen wir, ne? Wir gehen auf jeden Fall hier auf die Helden. Oder? Hier ist was falsch gemacht. Ne, ne? So, die Mission. Ich find's ein bisschen schwierig, hier durchzublicken. Ja, das ist doch, 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 das ist richtig. So, wo muss ich hin? Ja, keine Ahnung, wo ich hin muss. Tausend Meter. Ah, warte, da war ein I. Hier ist ein I. Was geht? Interessant. Mal kurz quatschen. Hey, so, können wir sprechen? Schauen wir uns die Hände zusammen an das? Zylus sucht Lehrer. Zylus, Level 57. Empfohlene Stufe 57. Ja, moin. Bleiben wir bei Heimatgefühle. Bleiben wir bei Heimatgefühle, ne? Gut, Donga, Tatjah. Gut. Gut, Donga, Tatjah. Untertitelung. BR 2018 Was sind denn 100 Bonus-EPs? Das ist doch nichts. Ich fühle mich definitiv stärker. Woher zu von hier? 21 AD nehmen wir. Was sind denn? Und da ist Tuff. Der einzige Weg ist durch, zusammen! Hier sind wir ja schon wieder zwei Gegner hier auf uns drauf. Moin Leo! Ey, du bist Sonntag nicht dabei, ne? Ey, hier kann man gegen 21 auch sterben. Ja, du bist Sonntag nicht dabei, ne? 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 Ja, du bist Sonntag nicht dabei! Ja, du bist Sonntag nicht dabei, ne? oh cool leo ich weiß nicht ob wir abends noch da sind aber also auch dabei sind weil wir fangen ja schon um 12 an ja 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 Wait! Everyone get ready! The first move goes to me! How about this? We're not done yet! I'm over here! 63.000! And maybe even more! Oh! Ah, keep it coming! Son of a bitch! What happened? Ah! 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 Bezwungen! Vielleicht gibt es schon voll wenig! 150 Ne, umgefallen und spielt doch für gar keine Rolle. 17 uhr, ach kein stress, kein stress mein bester ich werde mich um die katze kümmern, sonst zerfreie ich die meine tausch zirka 1 1 1 1 1 2 2 der wieder verteidiger der ist heiler Verfummt. Verfummt. Hey, ist er nicht? Ja, er ist unsere Freundin. Von Kolonie 9. Das ist wo du bist. Du bist traurig. Du bist keine Freundin von mir. Zeon, hör auf! Wir wollen nicht... Hör auf! Negotiations gibt es nicht auf der Bühne. Mimi... Die machen wir fertig. Gar kein Problem. Du, für 21? Die können nichts. Hör auf. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Ich bin kein Problem. Entsündige nochmal. Später ist nicht nur einrover. Keine Ahnung, ich bin kein Problem. Da ist nicht allein. Deine Ahnung. Ich bin kein Problem im Scheren. Der Zentrum. Das muss ich nicht wissen. Untertitelung des ZDF, 2020 3k, let's go Tapferer Helzion, den halten wir uns doch für den Schluss auf Was ist der letzte? Was ist der letzte? Denken wir das komplett auseinander War dein Tag heute so? Ich habe bis halb drei gearbeitet und seitdem bin ich live in dem Game hier Also erfolgreich auf jeden Fall Und bei dir so? Die Tags sind immer schön, die Allerstimmung Da hast du recht Wieso meinst du wenig Scham? Das ist der letzte? Oh cool, wie war denn das Wetter in Berlin? Oh cool, wie war denn das Wetter, wie war denn das Wetter, wie war denn das Wetter? Angenehmes Herbstwetter? Wir wurden so pressed for food, we had to venture out this far, all because of, wow. Go back, we'll take care of things here. I can't allow that. Just get going already. The Agnian Battalion. They're using terrain to cover their approach, am I right? How do you know that? I'm well aware that you don't trust me, I'm just speaking aloud. We'll intercept the enemy troops, engage them while they're still advancing. They won't get their hands on... You retreat and show up your defenses. What are you really after here? Why is it... We're both in very different positions, but that doesn't have to mean everything's changed between us. Oh, well done. A voice of reason. Come on. Wait. Aber auch mega hunger, Tatja. Change of plans. What? Why? You're handing them into the consul? No. I'm integrating... We're fighting with them. Mwamba... We're up against a whole battalion. Hardly the time for us to be picky. It's also possible that Ouroboros have instigated this attack... Ah, you can't be seri... You know exactly how serious I am. Fire is sparks. Hold up. Let's do as he says. What? Why should... Just play along. We'll be better able to help protect Colony 9 if we're part of the plan. We'll be better able to help protect Colony 9 if we're part of the plan. We'll be better able to help protect Colony 9 if we're part of the plan. If you have good friends... One day I'm going to crack that sick box of yours... I look forward to it. You lot head back and update Kite on the situation. I'll see to these ones. As you say. What's the matter with Ethel? Ethel was the commander. You said not everything's changed between us. I have also hunger, Tatja. Your words no longer have merit. So let's judge where you are... I understand. Ach nee, den will ich gar nicht in der Gruppe haben. Hm. 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 Ah. ein äther channel, lass uns stocken lass uns etwas äther ich habe um eins gegessen, seit dem nichts mehr ach, schon wieder auszusehen wie geht der Supervisor, Herr Kommander, 5x5? ja, danke jetzt zippt dein Mund und los geht's da ist eine Kiste die Kiste will ich ich weiß doch, da ich die Kiste will wie komme ich an die Kiste ran verfunkt wie kommt man an diese Kiste ran schon von oben die Kiste die Kiste ist dann eine erste pause ach wir machen noch die folge zu ende dann ist feierabend so ist nämlich die folge noch zu ende und dann ist feierabend ich bin beeindruckt du hast nicht weggebracht ich werde erklären was kommt stein cool kite ich bin immer cool erzähl uns über agnes die movement Moin Veri! Wenn du wüsstest, was du alles verpasst hast. Moin Sam! Tatsche bitte mal den YouTube-Link rein, alle mal bitte auf YouTube mein Video liken. Ich würde mich sehr freuen, heute ist das Let's Play Folge 1 am Augenblick gekommen. Das habe ich gesehen Sam, gucke ich mir nach dem Stream an. Das ist weshalb wir zurückgekommen. Ja, du bist nicht jemanden schuldig. Du musst sie nicht glauben, aber sie werden... Ach, Funken drauf. Entschuldigung. Ich wollte nicht sagen... Auf der anderen Seite. War das nicht dein Ziel? Ich würde... Wir können uns schuldig, wenn es dir besser macht. Aber du kannst nur jemanden in der Zeit gewinnen. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist alles, was ich sagen kann. Es ist nicht Zeit, dass du uns gesagt hast? Du sagst, dass wir ein Asset sein würden. Ich werde weitergehen. Obwohl wir eine geografische Vorteile haben, unsere Provisionen und Nummern sind limitiert. Und das ist wo du kommst. Wir werden ein Spanner in ihre Arbeit geben. Und das wird dir die Hilfe, die du brauchst. Wir sehen, Keves und Agnes Bods fighten zusammen, und die Führung der Frontline wird sie weg. Also müssen wir in der Zeit kämpfen, dann? Das ist besser, als ich auf einem Schlag, glaube ich. Du bist nicht verstanden. Ich bin nicht... Du bist immer als traurig. Schau mal, dass ich... Herr, ja, Herr Herr, Herr Herr, Herr Herr. Du musst? Du musst auch... Lass es gehen, Leute. Ich sende Details von der Operation zu Ihren Iris. Der Plan wird kommen... Wir sind auf. Das ist nicht so, was sie zu machen. Das ist nicht so, was sie denn? deutscher sinkt kommen wir mit ins disco hocken ja von uns liest immer ein charakter vor ich hab es gibt sowas ähnliches auf youtube schon weil es war sehr witzig nicht mit xenoblade mit einem anderen spiel hat jeder eine andere person vorgelesen war echt witzig w will be arriving presently uni just feeling wistful this is where we went lucky for fortune clovers Oh, ja! Kevis? You've sent many time and time again. You saved the dead. Help survivors. I know you do not make light of people. So you understand? I do. But I can never be... You don't give a century, do you? I wasn't talking to you, Lance. Excuse me! Maybe we can't go back to the old days. Leave your platitudes for after. Don't worry. We'll win. Time to move. Stay sharp. If you find anything out of the ordinary, I'll issue the order. Right. Those vermin! There's a lot of them. We can use the terrain for defensive advantage. What for Verteidigung? Lauf einfach da rein. Du kannst dich in... ...fucking Power Ranger verwandeln, man. Hold on. I've never said that. But this battle should be... Sparks shake! I see where you're coming. We're going to fight against our own hands. We are a threat to Colony 9. But not on him. Just shut up, you! How hard is it to... Lance! How often does he need to tell him not to abandon himself to his feelings? Have you given in? Still... Might as well strong. Oh, 4 Gegner. Macht mir den Cent. 23. Oh, oh. Weiß nicht, ob das was wird. Oh, das war aber knapp. Ich hätte mir ja fast nicht geschafft. 10 zucchini Schuld. Quass bro, ich self-debring. Dann r..., copper, weiß nicht. Möglichkeit sehr, schön. gross kann HEAR Dub, nicht kurzISE, nö? Ich hätte mir. Dann 강lube. Dasfound F ult took, gut. Ain't du den. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nee, nee. Wo ist die Supply-Schein? Äh, Supply-Dingswumms. Da hinten? Voll weit weg! Eine ganze Folge lang vorlesen. Ist so. Kannst du mal eine Folge lang vorlesen. Family Plot ... ... ... ... ... Das Scam. Das Scam. Oha, 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 soll ich das riskieren? Ja, yoink. Ich yoink aber ganz schnell. Open, up on. Ciao. 1000 Robbmeter, können wir nicht Schnellreise machen? Safe, oder? Oh, gesperrt. Soll ich jetzt echt 1km latschen? Bin doch lauffaul. Das weiß jeder. Monoton und demotiviert. Das weiß ich. Hahaha. Aber gemacht, danke dir Du kannst es auch teilen jetzt hier Dann gibt es ein paar Turbo-Duelle Ey, mir fehlt das echt Also so langsam aber sicher Müsst ihr doch mal implementieren Dass man ein bisschen schneller vorankommt Das dauert ja so lange Das ist doch nicht mehr normal Also irgendwie ein Reittier oder Ich habe ja auch gedacht Als wir diesen Wie ist der nochmal Widel Wilde Diesen einen kleinen Typen Mit seinen komischen Maschinen getroffen haben Dass er uns irgendwie Maschinen überlässt Womit wir halt schneller vorankommen Aber Pustekuchen, gar nichts Zoom, zoom, zoom In Dragon Age gab es sogar ein Vers Habe ich nie gespielt Ja, muss ja kein Pferd sein Aber irgendeine Maschine oder so Oder ein Skill oder so Den man einsetzen kann Keine Ahnung Do they really grow from a head I can tell on being watched He must be very weary of me fast gegen die wand geschwommen das hätte wehgetan am kopf die welt ist so riesig es fehlt mir ein bisschen in der landschaft irgendwelche dinge das gleiche kampfsystem nur im fantasy mittelalter ich bin kein ultra fan von dem kampfsystem hey bitte nicht schon wieder so ein typ bitte nicht schon wieder ein kampf gegen so ein ich hoffe du sprichst mit ne dass du schon mal übst ich weiß dass du uns als anwes aber das sind unsere Freunde die du sprichst sogar wamba dann wie schreit du das kommt viel an kampf Ich wusste es. Aber macht er den alleine fertig, der Zeon. Hau rein, Skoppel. Bis morgen. Was denkst du, was du machst? Die Wörter eines idyllischen Mannes. Wer den anderen umdreht? Oder die Wörter der Rebels, die für uns riskieren. Was denkst du, was für dich wert ist? Pirate? Es ist Insubordination. Aha, der kann Karate. Das Info vom Game erklärt, warum es die Brüse zwischen 1 und 2 gibt. Ist... Es digitieren deine Leute erstmal. Hehehehe. Der kann sich ja teleportieren, der Typ. Woher? Woher? Sturig Mannes! Woher ist er? Nicht wahr? Der Mannes, der auf unsere Todes. Der Mannes! Der Mannes! Der Mannes! Der Mannes, der Mannes, der Mannes. Der Mannes, der Mannes! Wir wollen leben. Das ist, warum wir kämpfen. Aha, da sehen wir schon mal ein bisschen, was noch kommt. Fistfighter kommt noch. wir sehen uns in einer halben stunde wieder leute bin gespannt ob der jetzt auch level 27 ist oder geringer oder höher welches level wird er haben 24 das sollte theoretisch einfacher sein auch nur das kenne ich doch schon ich will machst du gar nichts abgezogen dass er aber jetzt hier durch ist ach du scheiße das wäre krass das wäre krass unbefriedigend alter das hat viel abgezogen blink 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 mach jetzt auf jeden fall viel mehr schaden oh man sie ist tot komm mich heilen ich habe es gut ich habe es gut ich habe es gut Und dann folge ich dir! Wie geht es das? Und was für eine gute Helle? Hit den Winnie 6. Absorb 1. Was tut weh? Hat er länger was von, ja. Die arme Kniescheibe. Ich sag es dir. Zurück ins Gefecht mit dir. Die Musik ist echt nice. Ja, trotzdem fühlst du viel Leben. Obwohl ich Tray Level höher drin bin. Aber es ist nicht ganz so schlimm wie eben. Noch mal Reaktivierung. Sieben Prozent. 76.000. 76.000. Oh. Kann mal jemand Noah wiederbeleben, bitte? Komm. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh er ist umgefallen. Nächste Anguskette. Das tut weh. Nächste Anguskette. Nächste Anguskette. Nächste Anguskette. Yippee! Yippee! Nächste Anguskette. 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 und über die Welt aus der anderen Seite. Oh, ist das alles? Und während du Schuhleber essen? Wenn es notwendig ist. Whatever der Ergebnis ist, nur wir können es ändern. Ich glaube das. Wir helfen dir auch. Nicht, weil wir schauen für deine Beziehung. Aber nur damit jeder kann leben. Also bitte, wir versuchen deine Beziehung. Ich weiß, dass du immer noch keine Beziehung hast. Aber du hast sie eine Chance? Ich bin noch ein bisschen gegründet. Aber ich könnte sie wegziehen. Ja, das ist das. Der Kommandert hat nie wirklich so gut gemacht. Wenn Mwamba hier wäre, ich denke, dass er viel schneller verstanden hätte. Freunde... Ich habe noch nicht gekauft. Derjenige, der aufzunehmen, sollte ich sein. Ich sollte entscheiden. Keiner anderen. Ich werde es prove. Derjenige, der bereit ist, als Kommander zu sein, ist ich. Wir sind weg. Mann, ein Weg zu gehen. Kite... Er ist nur für die Kolonien. Er wird bald kommen. Also... Was ist das Wort jetzt, Boss? Erstens, ich will das Zettbewerb. Was, du sagst, durch die langen Hügel? Es wird schwer, wenn alles nebenbei. Stütze. Stütze. Stütze vor allen Dingen. Da wird nur eine Sache gestützt. Wenn die Zettbewerb ist. Wenn die Zettbewerb ist, kann man die Zettbewerb und zerstören Glitterradisches. Sie wissen immer deine Sache. Obviamente. Ich verstehe. Es war schwierig, zu finden Zeit vorhin. Seitdem du zu beschäftigen, hast du über die Flamme-Clock. Ja. Aber nicht mehr lange. Du hast es gewonnen, dann? Es wird schwer, aber wir versuchen. Dann beginnst du durch die Vegetation. Ich weiß nicht, ob ich die Klasse mit Schild und Schwert gut finde. Ich weiß nicht, ob ich die Klasse mit Schild und Schwert gut finde. Ich muss nur gucken, wer die nehmen kann. Bestimmt Junior oder so. Oder? Schildschwert? Lance vielleicht? Nein, der hat ja schon den Bogen-Typen bekommen, ne? Zeon. Du hast überhaupt nicht verändert. Sarcasm? An dieser Stelle? Nicht überhaupt. Ich dachte nur, dass du... du bist immer der gleiche alte Freund von damals. Du hast mit Worten gewonnen. Ich sehe. Vielleicht können Leute sich ändern. Wow, ouch. Hahaha. Du hast uns Kraft gegeben. Danke. Danke dir. Abgeschlossen. Durch die Befreiung von den Möbius hat Zeon eine Tiefverbindung mit Noah abgeknüpft. Es wird ein verlässlicher Verbündeter sein. Schutzkommandeur Zeon. Klassenerbe? Noah? Ne. Noah bleibt Doppelschwert, oder? Oder? Ich könnte einen Verteidiger gebrochen. Ich fühle mich wieder zu Hause. Ich fühle mich wieder zu Hause. Ich sehe all diese freundlichen Gesichter. Irgendwann eine Mission ist hier fertig. Harmonie plus 45. Natürlich. Ich hoffe es hat sie zufrieden gemacht. Ich hoffe es hat sie zufrieden gemacht. Das müsst ihr euch überlegen. Lass gerne ein Like auf dem Video Leute und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Dann kommt rein. Dann kommt rein. Moment sind zurückgehängig. Dann lenzen wir die Wegwart auf dem Rechestern. Untertitelung des ZDF, 2020